Hey, dein Matthias hier. Heute vor zwei Jahren, sehr genau, im April 2020 war ich im verrücktesten und wahrscheinlich gewagtesten musikalischen Projekt, das ich jemals erlebt habe. Unter dem Titel United in Sound wollte ich während des Corona-Lockdowns und der damaligen tristen Stimmung Lust auf Musik verbreiten, positive Energie weitergeben und wir haben täglich auf YouTube Videos veröffentlicht, Musik dafür geschrieben und vor allem Tutorials zusammengetragen. Das Ganze wurde währenddessen auch gebündelt und veröffentlicht. Ich bin immer noch ziemlich stolz darauf, wie viel da in kurzer Zeit zusammen kam. Die Simple Moves haben diese ganzen Inputs, die Lust auf Akkordeon machen sollen, zusammengetragen und es entstand am Ende dieser Phase Akkordeon Quickstart. Sozusagen zum zweijährigen Jubiläum möchte ich dir eine der wichtigsten Errungsteller Eigenschaften oder Findungen dieser Zeit noch mal ein bisschen näher erklären, damit du das auch für dich nutzen kannst. Wir haben damals zum allerersten Mal in einer anderen Schreibweise als gewöhnlich für Standard Bass veröffentlicht, in der innovativen Bassnotation. Diese Schreibweise ist ein Weg, um zu verinnerlichen, wie genial das Akkordeon gebaut ist. Das Akkordeon ist nämlich ein Instrument, das dir harmonische Zusammenhänge wie kaum ein anderes mit dem Standardbasssystem erschließt und mit dem du sehr schnell Songs begleiten kannst, selbst kreativ werden kannst und vor allem auch auswendig spielen kannst, wenn du es richtig verstehst, zu analysieren. Mein Ziel als Musiker und auch mein Ziel als Mentor und Lehrer ist es immer, Noten nur als Zwischenstation zu begreifen, das Wichtigste rauszuziehen, vor allem die Gefühle rauszuziehen und das dann weitergeben zu können, dass die positive Energie oder welche Energie auch immer in deiner Musik drinsteckt, die in dir drinsteckt, zum Zuhörer kann. Das macht viel mehr Freude, das macht uns frei und da ist diese Notation eben ein prima Zwischenschritt. In diesem Video werde ich dir erstmal schön zeigen, was so die Vorstufe der Entwicklung zu dieser Notation war. Das kam aus der Unterrichtspraxis. Dann werden wir uns anschauen, was es denn für Möglichkeiten gibt, Standardbass zu notieren und was eben diese genialen, kreativ machenden Zusammenhänge am Akkordeon sind. Und am Ende schauen wir uns noch ein praktisches Beispiel an, wie so ein Stück fertig analysiert und notiert in dieser Variante aussehen kann. Dann bin ich ziemlich sicher, dass auch du Lust hast, am Akkordeon zu experimentieren und vielleicht ein paar Horizonte zu erschließen, an die du bisher noch gar nicht gedacht hast. Hier haben wir also mal ein typisches Liederbuch. Ein Liedsheet mit Melodie und Akkordsymbolen. Das könnte man in der rechten Hand sofort so spielen. Wind of Change. Und die Frage ist jetzt, was machen wir in der linken Hand, damit es gut klingt am Akkordeon? Ein häufiges Problem ist, dass Akkordeonisten auf ihre Gewohnheiten zurückgreifen, was sie in den Fingern haben und nicht so richtig wissen, was man sonst noch so machen könnte. Was dabei rauskommt, ist dann häufig was sehr Traditionelles. Und das wäre zwar witzig, aber würde nicht unbedingt dem Charakter von Wind of Change geraten. Ich denke, du hast ein Bild davon, ja? Man könnte so eine witzige Fassung machen, aber wie gehen wir es an, wenn wir es poppiger machen wollen? Ein Allheilmittel ist der sogenannte Dressilio-Rhythmus. Der macht sofort, dass Melodien tragfähig begleitet werden und schweben über der Begleitung. Wir haben in Quickstart extra so eine ganze Liste an Begleitformeln zusammengetragen, mit denen man Popsongs, wo keine linke Hand notiert ist, begleiten kann. Und die große Frage ist jetzt, wie kriegen wir das hin, dass wir das rhythmisch auch koordinieren? Es gibt natürlich Tricks, mit denen man die linke Hand automatisch hinkriegt und dann rechtsfrei drüber spielen kann. Aber oft ist es ein sinnvoller Zwischenschritt, dass man einfach mal visuell sieht, was übereinander gehört. Und da kommt jetzt diese erste Vorstufe der Innovative Bass Notation ins Spiel. Ich mache das hier mal am iPad, funktioniert genauso gut, aber natürlich mit Stift und einem ausgedruckten Zettel. Als allererstes wollen wir uns Platz verschaffen, was drauf zu schreiben. Und dafür würde ich auch Papier Tippex nehmen, oder ich mache hier einfach mal so ein Feld. So, da können wir reinmalen. Und jetzt angreifen unseren Rhythmus, den wir koordinieren wollen, unter die Notenzeile zu schreiben. Problem am iPad in diesem Fall ist, dass man da nicht direkt drauf schreiben kann, deswegen mache ich nochmal kurz Platz. Und beginne jetzt damit, erstmal eine Notenzeile zu zeichnen. Und auf diese Zeile den Rhythmus. Der Tresilio steht aus dem punktierten Viertel, dann kommt die übergebundene Achtel und am Ende nochmal eine Viertel. Das Ganze sieht man jetzt schon ganz schön. Es gibt Anhaltspunkte, wo die Hände zusammen spielen. Und wenn ich sofort fahre, haben wir hier eine vollständige Notenzeile. Tippex wieder drunter. So, und schon sieht das ganz übersichtlich aus. Damit kann ich jetzt trainieren, meine Aufmerksamkeit abwechselnd auf die linke und rechte Hand wandern zu lassen, um das Ganze mit dieser Tresilio-Bekleitung sehr geschmackvoll und dezent zu begleiten. Und wo rhythmische Probleme sind, kann man nochmal langsam drauf gucken und sich genauer im Notentext entlanglesen. Das war bisher jetzt noch keine sonderlich neue Notation. Aber das Problem ist, was wir machen, wenn wir nicht Bass und Akkord immer gleichzeitig anschlagen, wie hier. Das wären jetzt lauter so die Chops. Sondern im Refrain zum Beispiel einen Groove spielen wollen, wo Bass und Akkord alternierend nacheinander kommen. Und da wurde diese Notation von mir ganz spontan nochmal ein bisschen weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, die Akkorde bekommen einfach ein Kreuz. Das hat sich im Unterricht sehr schnell umsetzen lassen. Und wir machen es auch nochmal kurz auf. Schauen wir uns das an. So, zum Beispiel hier haben wir jetzt auch schön übersichtlich Bässe durch ausgefüllte Notenköpfe und Akkorde durch Kreuze getrennt und kann dann das mit der rechten Hand zusammen koordinieren, sodass wir schneller dahin kommen, das auch wieder auswendig zu lernen, rhythmisch verinnerlicht zu haben anhand der Melodie und der Töne, die links und rechts zusammenstehen und nachher eine überzeugende Fassung von diesem Song spielen können. In der weiteren Unterrichtserfahrung war es bei mir so, dass ich mit erwachsenen Anfänger und Quereinsteigern einmal Akkordeon experimentiert habe. Und dass ich immer mehr Leute auch in meinem Mentoring und in Probestunden hatte, bei denen ich gemerkt habe, die spielen eigentlich schon ganz gut Akkordeon, aber die können überhaupt keinen Bassschlüssel lesen und spielen links immer nur nach den Buchstaben. Und wenn niemand diese Buchstaben reinschreibt, dann sind sie erstmal aufgeschmissen bzw. es wäre viel Arbeit, das langsam alles hinzumalen und weit davon weg, dass man einen Song eben schnell mal irgendwie spielen kann und schon Spaß damit hat. Lass uns an der Stelle also mal kurz vergleichen, welche unterschiedlichen Notationsformen es gibt und wenn sowieso keiner den Bassschlüssel richtig liest, was wir in der linken Hand stattdessen machen können. Das Tolle am Akkordeon, deswegen heißt es Akkordeon, ist, dass mit einem einzigen Knopf auf dem Akkord immer sofort drei Töne klingen. In der rechten Hand wäre das dieser Akkord. Und so eine einfache Begleitung wäre in der rechten Hand schon ein ganz schönes Gehüpfsel. Oder auch für den Pianisten erst machbar, wenn er wirklich fortgeschritten ist, da in der linken Hand hin und her zu hüpfen. Am Akkordeon geht sowas sehr einfach. Problematisch ist daran, wenn es dabei bleibt, solche Begleitfiguren über alles zu verwenden und damit einfach nicht stilecht genug zu sein. Das ist die große Einschränkung der meisten Akkordeonisten, nicht zu wissen, wie man an moderne Stile rankommt und eben zu sehr in dieser Fingertradition behaftet ist. Damit meine ich nicht nur die Tradition des Akkordeinspiels und des Polkaspiels, sondern die Tradition, dass die Finger sich einfach in diesen Gefilden wohlfühlen und dann richtig ausbrechen wollen. Diese Art der Begleitung ist aber schon sensationell, weil es kaum an einem anderen Instrument so schnell und einfach möglich ist, sowas auf die Beine zu stellen. Vom Greifen her ist es jetzt sehr unlogisch, dass wir nur einen Ton drücken und drei Töne sehen. Das ist also super für den Höreindruck, den wir wiedergeben wollen, aber wenn wir den Fingersatz anschauen, dann hat das überhaupt nichts damit zu tun, was wir hier jetzt in dem Moment greifen müssen. Pietro Frosini war ein großer Akkordeon-Verturose und Pädagoge aus Amerika und die American Accordionist Association, kurz AAA, hat mit ihm eine Notation entwickelt, in der die Akkorde einfach nur durch einen Ton wiedergegeben werden und in der tiefen Lage entsprechend immer die Grundbässe sind, in der hohen Lage entsprechend die Akkorde. Ob Dur oder Moll wurde jetzt durch ein M unterschieden, wobei Groß-M für Major steht und Klein-M für Minor. Leider etwas unglücklich, dass auf Englisch beides mit M beginnt, aber über Groß und Klein konnte man das hier lösen. Das ist also schon eine Schreibweise, die deutlich übersichtlicher ist, die man selbst auch mal schneller schreiben kann, aber man muss trotzdem noch viel lesen können. Üblicherweise sind die Bässe dann auch gar nicht beziffert. Also diese Schreibweise setzt voraus, dass man den Bassschlüssel lesen kann. Und die Innovative Bassnotation, die orientiert sich einerseits an deiner Fingerbewegung. Wir sehen hier jetzt das 4 und 3, die ja direkt nebeneinander in Reihe auf dem Akkorde anliegen, auch auf derselben Linie sind. Am Anfang der Schlüssel sagt er, dass wir hier ein C auf der Linie haben. Und der Zeigefinger, der liegt räumlich gesehen drüber, der wäre hier also über der Linie. Das ist, wenn man so möchte, eine Griffschrift. Aber was für mich viel wichtiger ist, es ist nicht nur eine Schrift, die sich an dem Greifen orientiert, sondern wir können damit harmonische Zusammenhänge sehr gut zusammenfassen und uns am Gehör orientieren. Also einerseits, das ist eine super kompakte Art und Weise, wie wir zum Beispiel durch so eine mit dem Linear gezeichneten Notenzeile in einem Songbuch, kurz eine linke Hand notieren können und die mit der rechten synchronisieren. Und andererseits, es ist toll, das werden wir nachher noch sehen, um in der Analyse Strukturen herauszuarbeiten. Gucken wir uns mal an, wie das nicht bei einer Polka aussieht, sondern bei Kombinationsgriffen. Sowas braucht man zum Beispiel im Jazz, C mit C-Dur und aus der Reihe drüber noch ein G-Dur. Herrliche Akkord. Etwas kryptisch, wenn wir nur das Notenbild anschauen und auch ein bisschen umständlich, wenn wir hier unten lesen, was wir greifen sollen. In der Frosini-Schreibweise sieht es schon übersichtlicher aus. Vom Klavier kommend oder vom Melodie-Bass kommend, finde ich jetzt aber ein bisschen irritierend, dass wir eigentlich nicht diese Quinte hier hören, die notiert wurde. Also hier muss man auch schon wieder eine Ecke weiterdenken. Und in der Innovative-Bass-Notation sehen wir einen Grundbass wieder als normalen Notenkopf und die zwei Akkorde übereinander, genauso wie sie gegriffen werden. Sehr übersichtlich dargestellt. Das Tolle ist auch, dass wir das entsprechend jetzt natürlich verschieben könnten. Wenn ich das mit G machen möchte, dann gehe ich über die Linie oder für F unter die Linie. Diese Zusammenhänge, die würden hier sehr gut rauskommen. Da die Innovative-Bass-Notation sich am Songs-Faten orientiert, also wie man nach Songbüchern oder einfach nach Gehör schnellstmöglich links was spielen kann, schreibe ich nichts drunter, sondern über der Notenzeile in der rechten Hand ist das Akkord-Symbol angegeben. Und vielleicht genügt es schon, mit einem Blick da drauf zu sehen und dann zu wissen, ah, das ist dieser Griff. Ansonsten reicht nochmal kurz unten drauf schauen. Oft als Erinnerung, dass wir die Finger hier richtig sortieren. Und die Aufmerksamkeit bleibt somit viel mehr bei der rechten Hand, wohingegen sowas hier Stärke von der rechten Hand ablenkt. Und das ist nicht mein Spielziel und mein Unterrichtsziel. Ich möchte so schnell wie möglich hier, wie gesagt, wegkommen von den Noten. Eine Einschränkung ist Mehrstimmigkeit. Das kann diese Notation nicht richtig wiedergeben, weil so weit in das Arrogement vordringen möchte diese Notation eigentlich auch gar nicht. Die sollen es ja nur Anhaltspunkte geben, wie man schnell was faken kann. Und das hier ist schon ziemlich komplex auch von der Notation. Mit dieser Begleitung hätte man zum Beispiel eine prima Grundlage für Popballaden. So, Leseaufwand. Etwas vereinfachter Leseaufwand. Und hier eben diese Einschränkung. Wir können gar nicht richtig schreiben, dass der lang sein soll. Dann könnte man so einen Tenuto-Strich drunter machen und vielleicht noch was dazu schreiben. Aber, das ist ja auch gar nicht Ansinnen davon, sondern wenn wir es im Ohr haben, was wir hier tun wollen, ist diese Innovative Bassnotation nur eine Stütze, um schnellstmöglich wieder zum freien Spiel nach Gehör oder aus der Erinnerung hinzukommen. Nochmal, ich schwinde in der Gegenüberstellung. Wir haben hier also einmal Grundbässe in der Standard-Bassnotation. Meistens stehen dann Großbuchstaben drunter. Wir sehen auch hier wieder, wenn ich das in Linie übereinanderlege, 4, 3, 2, dann hat die Fingerbewegung hier nichts mit dem Notenbild zu tun. Z in der Mitte, F drunter, G drüber, wird nicht so dargestellt. In der Frosini-Schreibweise ist es genau gleich. Und in der Innovative Bassnotation hätten wir jetzt eben wieder diesen schönen Zusammenhang. Z in der Mitte, F drunter und G drüber. Mit den Du-Akkorden sieht es folgendermaßen aus. Die sind im Standard-Bass jetzt schon in der richtigen Umkehrung. Rechts. Genauso auch spielbar. Klingt also wieder das, was wir sehen. Ich habe hier jetzt meine Finger einfach nur in derselben Position nach außen verschoben. Auch hier merken wir natürlich wieder, dass die Fingerbewegung nichts mit dem zu tun hat. Was wir sehen, die Frosini-Schreibweise mit Groß-M. Ähnliches Phänomen. Und in der Innovative Bassnotation werden die Akkorde jetzt einfach nur als Kreuze dargestellt. Und drüber sehen wir, dass es Dur-Akkorde sein sollen. Das folgt jetzt wieder sehr schön unserer Fingerbewegung. In der ursprünglichen Variante habe ich eigentlich nur Kreuze für alle Akkorde gehabt. Also Kreuze für Dur, Moll, Septim und vermindert. Später haben wir es noch ein kleines bisschen ausgeweitet. Vor allem, weil die Simple Moves und der Quickstart für das Akkord an XS waren. Das XS hat nur drei Reihen. Grundbesse Dur, Moll-Akkorde. Und da hat es sich angeboten, noch ein Symbol für Moll-Akkorde einzuführen. Im Prinzip reicht es aber, diese Kreuze zu haben. Damit kann man nämlich Grooves schon sehr schön darstellen. Und wenn man dann immer drüber sieht, was das Akkord-Symbol ist, hat man alle Informationen, die man braucht, um so einen Song zu faken. Hier also wieder die Notation für Standard-Bass. Sehr viel zu lesen. Da kommen komplizierte Gevorzeichen jetzt noch mit rein. Und die meisten schauen erfahrungsgemäß eh nur drauf, was drunter steht. In der Frosini-Schreibweise dieses Klein-M. Hier sehen wir jetzt auch nochmal die Verwechslungsgefahr. Groß-M, Klein-M für genau die gleichen Noten, die da angegeben sind. Und in der Innovative-Bass-Notation auf jeden Fall drüberstehend, die Akkord-Symbole, wie im Songbuch. Und dann diese nach unten zeigenden Dreiecke für Moll-Akkorde in der Variante, wo wir uns bei der Veröffentlichung dafür entschieden haben. Wie schaut es aus, wenn wir eine Tonleiter im Bass notieren? Meistens haben wir im Bass einen Umbruch, der üblicherweise beim E gesetzt wird. Es gibt aber auch Notenausgaben, in denen es noch tiefer geht. Also auch das ist so ein bisschen das Problem. Würde jetzt nicht drunter stehen, dann müssten wir wirklich genau wissen, was man da liest. Und wir sehen, dass die Tonleiter zwar schön aufsteigt von dem, was wir hören. Der Höreindruck stimmt hier wieder sehr gut überein. Aber wenn man die Fingerbewegung mal anschaut. Da wird hochgespreizt, dann geht der Finger nach hinten zum Taz-Bass. Zwei Taz-Bässe nacheinander. Dann ist es ziemlich kompliziert, das jetzt auseinander zu klamüsern. Ähnlich in der Frosini-Schreibweise. Hier üblicherweise ohne Bassangaben. Und folgendermaßen sieht es in der Innovative Bass Notation aus. So eine Tonleiter wäre meistens nur über einen Akkord von C-Dur. Wir haben hier jetzt in der erweiterten Notation die ersten nach deiner Veröffentlichung des Klickstarts und der Simple Moves bei mir in Probe waren mit meinen Schülern und tolle Ergebnisse gebracht hat. Grundbässe als normalen Notenkopf und Taz-Bässe als durchgestrichene Notenköpfe. Das orientiert sich an der Standard-Bass-Schreibweise mit diesen unterstrichenen Buchstaben. Und wir sehen immer sehr schnell, wo der dritte Finger zum Beispiel hier den Taz-Bass bedient. Oder wo der vierte Finger von F auf A auf den Taz-Bass geht. Oder von G auf H. Das sind super Zusammenhänge. Weil zwischen vier und zwei. Jetzt zum Beispiel diese Bewegung, die das C umtanzt, besteht. Und dann dasselbe nochmal auf den Taz-Bass passiert. Und dann springen wir auch das C drauf. Somit haben wir schon mehr als die Hälfte der Tonleiter. Nur durch diese Häkel-Bewegung von unten nach oben. Und am Anfang. Verbinden wir diesen Taz-Bass mit dem abgespreizten Zeigefinger. Auch hier sehen wir schön, dass der ein bisschen höher steht. Wenn man jetzt diese zwei Bewegungen, diese Spreizen und das Häkeln zusammenführt, dann kann man sehr schnell eine Tonleiter lernen. Das ist also auch ein großer Vorteil. Es gibt jetzt nicht vom Höreindruck so sehr wieder, was wir spielen wollen. Aber gerade mit erwachsenen Anfängern habe ich gemerkt, dass es super ist, sowas mal niedergeschrieben zu haben. Auch zusätzlich zum Beispiel als weitere Notenzeile unter der Standard-Bass-Notation, um sowas schnell in die Finger zu kriegen und dann in den Fingern zu haben und freispielen zu können. Die erweiterte Innovative-Bass-Notation sieht also mit allen Symbolen so aus. Ich habe irgendwann auch noch eine zweite Linie eingeführt, dass wir Taz-Bässe haben durchgestrichen, Grundpässe auf der Linie, Dur-Akkorde auch auf der Linie als Kreuz, Moll-Akkorde als Dreieck, Septim-Akkorde sind verwandt mit Dur-Akkorden, deswegen habe ich hier ein ähnliches Symbol verwendet. Das ist dieses Ping-Symbol aus dem Schlagzeug. Und Moll-Akkorde sind verwandt mit verminderten Akkorden, deswegen auch hier diese Kanten. Ich finde tatsächlich auch, dass verminderten ein bisschen kantig und blöckig klingt. Und da verminderte Akkorde sich oft in viele Richtungen auflösen, hat mir dieses Rechtecks-Symbol ganz gut gefallen. Ja, und je nachdem, wo wir uns hinbewegen, dann dieses Verhältnis der Linie drüber und drunter. Wofür? Die zweite Linie für jeweils die Parallele. Die C- und A-Moll sind parallel. In C-Dur haben wir drei Dur-Akkorde und drei Moll-Akkorde. Das findest du auch noch mal in einem anderen Tutorial über die drei Dur- und Moll-Akkorde, beziehungsweise subdominante Tonika. Da möchte ich jetzt nicht so ausführlich drauf eingehen. Aber Fakt ist, wir haben in jeder Tonart drei Dur-Akkorde und drei Moll-Akkorde. Und wenn wir die in der Innovative Bass-Notation darstellen, dann müssen wir jeweils einen Knopf überspringen. Hier wäre das G als nächstes. Wir sehen hier also wieder sehr schön, wie sich die linke Hand bewegt. Und noch schöner, wenn wir die von oben nach unten durchspielen, was sehr oft in Kompositionen der Fall ist. Dann wandert das jetzt wieder Schritt für Schritt abwärts. Und vor allem sehen wir dann hier dreimal ein Dreieck, dreimal Moll. Das ist eine Welt. Und dann sind wir in der Dur-Welt. Dreimal dieses Kreuzchen. Über die Welten fährst du auch mehr in dem anderen Tutorial. Wie gesagt, das soll nicht so sehr unser Thema hier sein. Aber das sind natürlich super praktische Zusammenhänge, um Musikstücke auch anders zu verstehen. Vor allem, weil es jetzt völlig egal ist, was ich hier vorne hinschreibe. Ob wir hier jetzt C und A haben. Oder E und Cis. Oder was auch immer für Parallelen. Es bleibt ja immer dieselbe Bewegung. Und das macht den Standardpass auch so toll. Wenn ich das in C kann. Dreimal Moll. Dreimal Dur. Dann kann ich es zum Beispiel auch in, sagen wir einfach mal, Des-Dur. Dreimal Dur. Dreimal Moll. Und damit kommt man sehr schnell weg vom Notenlesen und hin zum Hören. Wir haben hier auch Bezüge, die ich an anderer Stelle nochmal intensiv erklären werde. Unter anderem eben in diesem Video zu den Dreidur- und Moll-Akkorde. Die man hören und sich einprägen kann. Und was wirklich sehr gut ist, nur so eine kleine Stütze zu haben. G nach C zum Beispiel. Hat diese typische Schlusswirkung. Und alle Knöpfe, die sich nach unten bewegen, haben diese schlüssige, oder schlüssige, schlüssige und schlüssige Wirkung. Wenn du versorgerst, wird die Analyse deiner Stücke, die du spürst, also ein Ohr bekommen hast, hält es dir viel leichter wegzukommen von den Noten. Und das wird hier sehr schön veranschaulicht. Abschließend kommt hier noch das versprochene Praxisbeispiel, das ich in meinem Mentoring auch mit vielen Schülern schon gemacht habe. R von Bach ist in der linken Hand ein Stück, in dem man sehr viel über die Zusammenhänge des Basses lernen kann. Das aber auch gar nicht so einfach ist. Wenn wir uns hier jetzt mal anschauen, was wir für Basslinien haben. Dann bewegt sich deine linke Hand hier viel im Ton leider. Aber es ist sehr schön, immer gleich noch dieses Griffbild dazu zu haben und vor allem wieder zu sehen, aha, zweimal Totspässe und danach dieselbe Bewegung auf den Grundpässe dazu. Das kann man sich schon viel besser merken. Oder dann sowas wie hier, von Reihe zu Reihe über den Totspässe. Da haben deine Finger immer gleich die richtig griffige Position. Je nachdem, welchen Schwierigkeitskreis du hier wählen möchtest, könnte man das Ganze zum Beispiel auch in Doppelgriffen spielen. Das klingt unter Umständen noch ein bisschen voller. Und diese Doppelgriffe sind, wenn wir jetzt nur mal die Standard-Bass-Notation anschauen, schon sehr, sehr kryptisch und fortgeschritten. Die meisten werden hier wahrscheinlich abgeschreckt. Schauen wir uns aber mal diese Innovative-Bass-Notation zusätzlich an, haben wir einerseits eine tolle Analyse, wo wir sehen, dass die Akkorde hier immer auf der Stelle bleiben und wo wir dann wieder kombinieren können, Totspässe, Grundpässe zu den jeweiligen Totspässe. Sowas kann man sich draufdrücken. Und als Baustein dann gleich abspeichern, automatisieren von diesem Baustein an weiterknüpfen. Hier ist zum Beispiel nochmal eine Vereinfachung von dem Ganzen in den Coaching-Unterlagen, wo wir nur mal eine Analyse der Akkordverbindungen sehen. Wenn du dich mit sowas noch nie beschäftigt hast, dann ist das jetzt wahrscheinlich ziemlich weit hergeholt. Aber je mehr du in dieser Welt einfach unterwegs bist und auch drüber hörst, desto selbstverständlicher werden gewisse Zusammenhänge für dich. Wir sehen hier, wir sind in D-Dur. Die Parallele dazu wäre H-Moll. Wir starten in D. Wir bewegen uns erstmal schlüssig und schlüssig abwärts zum G. Und dann wollen wir modulieren zu diesem A. und wählen wieder eine schlüssige, schlüssige Variante hier über E-Dur, über dem A. Wir können so im Schnellverfahren also schon die Zusammenhänge vereinheitlichen und ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln. Abschließend zum Beispiel noch diese Eigenschaften, die unterschiedliche Stufen haben, was man auch wieder sehr schön anhand von diesen Notenzeilen sehen kann. Tonika auf der Zeile strahlt die Ruhe aus. Bei G kommt ein bisschen Feierlichkeit oder Tiefsinnigkeit rein. Tiefsinnigkeit passt auch sehr gut, weil es tief unter die Linie geht. Und über der Zeile herrscht Offenheit. Das ist typisch für die Dominante. Die möchte sich wieder auflösen und aus dieser Offenheit eine neue Ruheposition finden. Diese Bezüge sind so toll am Akkordeon, dass die uns in den Fingern so einfach gegeben werden durch Hoch- und Runterbewegungen und diese Notation unterstreicht eben noch die Zusammenhänge. Mir ist durchaus bewusst, dass wir hier ein kontroverses Thema aufgemacht haben. Ein Thema, das oft vermieden wurde. Wie notiert man die linke Hand? Ist eine Griffschrift da angebracht oder nicht? Mir war es aber sehr, sehr wichtig, da das aus meiner Praxis rauskam, diese Anstöße auch mal weiterzugeben, mich einfach mal zu trauen, das zu veröffentlichen. Es kamen ganz viele Zuschriften und die Arbeit mit zwischenzeitlich über 50 Mentees, die ich in meinem Mentoring-Programm sehr intensiv betreut habe, hat gezeigt, dass es toll ist, mit dieser Notation zusätzlich eine Tür zu öffnen. Lass mich wissen, was deine Meinung dazu ist, was du vielleicht für Erfahrungen damit sammeln konntest. Lass mich bitte wissen, ob du den Bassschlüssel lesen kannst oder ob du sagst, das war für mich auch immer so ein Buch mit sieben Siegeln. Und was mich sehr interessiert, ist, wie es dir damit geht, solche Begleitpatterns zu spielen, wie wir vorher zum Beispiel bei Wind of Change gehört haben und ob du Songs aus einem Liederbuch auch mit dem Akkordeon gut begleiten kannst, beziehungsweise was die Dinge sind, die dir dabei vielleicht ein bisschen schwerfallen, weil genau dafür sind diese Ansätze und genau dafür ist diese Innovative Bassnotation. Ich freue mich aus einem regen Austausch, der gerne auch kritisch das alles auffassen darf. Ich habe hier nicht den heiligen Kral ausgegraben, möchte ich sagen, sondern mir war es einfach nur wichtig, meine positiven Erfahrungen weiterzugeben und die dürfen an dieser Stelle sehr gerne kommentiert und diskutiert werden. Wenn dir ein paar Sachen Lust gemacht haben, noch mehr darüber zu erfahren, dann komm gerne auch mal in eine Schnupperstunde für mein Mentoring, die gibt es ganz kostenlos auf der Website. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich in Kürze. Bis dann, dein Matthias. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Alles Gute. Vielen Dank.